Jo, hallo zusammen, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau. Ich hatte ja, heute ist der vierte, fünfte, gestern am dritten, fünften, jetzt nichts produziert. Deswegen geht es im Hauptfilm dann ein bisschen länger. Ganz kurzes Telefonat mit dem Pfarrer Jakob Czarnke geführt, wie es ihm so geht, weil ich ihn dann auf Skype auch, also ihn angeschrieben habe, aber da nichts zurückbekommen habe. Soweit kann man da jetzt hier eine Entwarnung rausgeben. Dann mal wieder zum Mr. Wissen, wie Go Home, der dann noch ein bisschen über die NS-Zeit berichtet, zu den manipulativen Nazi-Methoden oder die Frage sich dann gestellt hat, wie es den Nazis möglich gewesen ist, so viele Menschen ins Boot zu holen, sie zu manipulieren. Ja, noch einiges mehr. Könnt ihr dann wieder gerne schauen bei VK, bei BitChute, die sich den Trailer bei Wegnus TV aufrufen. Entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile ab damit. Tja, und dann vielleicht bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.